die 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 wachst du da auf einmal vor mir in Marokko Mecfisterino ha 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 und den haben wir natürlich in unserem Team hoffentlich ist er der Bayer auch richtig sein die Faustgottes ich liebe meine Lackierung mit meinem Blitz hinten dran und mit meinem Blitzen hinten raus, Alter wach, Klatsch ich liebe meine schwarze Schleife das war ganz ne Gable wär doch geil, Alter ne uah, Alter what the fuck was war das denn? Hilfe, Hammer Weedon ne uah was uah was ich hab Alter, ich wurde angeschossen alter scheiße ich war außerhalb des, aber es ist gut jetzt hab ich noch Eis mhm ich war außerhalb des Radius, sonst hätt ich genau vorm Tor, wie er es das Eis gemacht hat uah willingly ernsthaft, wer war das Alter? was war ein gegner keine Sorge alter ich hab schon gedacht dass war unser huernsohn mit wie er hier den mhm mist uh uh uh, die lecks aber ganz schön Wollen wir nicht hin? Alter Oh, Teammitglied ist der Macfister-Revon Der fistet aber ganz schön Ja, mit seiner Mutter fistet er bestimmt gerade Aber wenigstens ist er weg BAM Ja, den muss ich mir aber auch holen als Modell-Auto Schön den Octane Hoffentlich ist auch der Takumi Kommt der auch als... Ja klar, es kommen alle Alle? Echt? Sicher? Ja Ich hab nur gelesen von den Standard, also von den ersten Weil das wär ja geil, wenn alle kommen Aber ich glaub, es kommen erstmal nur die Standarddinger Ich bin der Meinung, es kommen alle Ja, das wär cool Kann aber auch sein, dass es nur die Standarddinger Achtung Ähm Oh Jetzt ist es zu Freibahn Ohhhh Alter Ich hab den Sturm zu dir geschickt Was denn gottes ne Arbeit Wow Alter Schwede, da wurden immer richtig Gewaltenspäck Ich hab den mit dem Sturm leider zu dir geschossen auszusehen Heftig Ähm Ähm What? Ähm Oh Aua 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 Ari Oh Aber schade Oh Ich verpässe mich lieber nicht die mit dem stacheln wieder weg weg gehauen stacheln oder aber ja ich glaube nicht weil sie direkt nach so weit ein heils er ist ein schlechter typ oder was für ein spieler wird aber gut hat er nicht sogar den neuen ne er hat den alten er hat ihn nicht sorry hab ihn doch nicht ich wusste dass er genau auf mich kommt heilige Scheiße heilige Scheiße ne den Schüssel ne den in braun das wär ich glaub ne geile Spillerkommung ah nein was drückt er mich damit dann würde ich mich aber nur noch Scheiße LP nennen und ein Scheiße Bild dazu und dennoch so schön so ein Pup oben Alter Scheißwind 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 ah das wär heftig Alter hört auf mich zu schlagen oh schade oh sauber wieso schade hast du mir kein Tor oder was nein ich hab doch gesagt oh geil als erstes oh schade als eng gehaltener und dann oh geil wow wow Penny hat das Spiel verlassen oh er hat ihn was für ne verfickten Träumer alter ja ich mein sie können ja wissen dass wir wirklich die absolut besten Starter sind die Speed Degen hab ich das Gefühl aber oh alter da ist aber echt ein sehr guter Springer ich glaub der fliegt nicht sondern er springt einfach nur ne da ist geflogen okay ja was für ne Lackierung alter die braucht nicht hin hm nice 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 was könnte sein dass wir die haben schieß du sagt er ilee aber jetzt kriegt ach jetzt kriegt du ja ich dachte gerade jetzt kriegt ey – hm – oh oh Boaaaaaaaaaa alter also gab's eine kleine Parade uuuuh den hab ich weggekickt alter das war gut Neeeeein nein ich hab das mal besser hingekriegt neaaach fuck jaaaaach Ich habe eine Schlabe, Alter! Er hat mich wirklich geblieben, oder? Tatsächlich! Oder? Ja, ooooh! Ja, trotzdem! Aufhauen, ja! Ach du Köppel! Hahaha! Äh, wieso steht der Typ hier? Weg mit dir! Oh, Alter! Ah! Hahaha! Alter! Ich habe den Typen zu dir geschossen! Und dachte, ich muss lächeln dir! What the fuck, Alter! Bist du da wacke, oder was? Alter! Alter! Hahaha! Das ist Kate! Alter, das ist ja krass! Hahaha! Ich habe dich zerstört! Als Teamkollegen! Du wundersohn, Alter! Dach ich hunder da! Hahaha! Alter, hat er es geleckt! Woah! Ah, meine Stimme! Woah, Alter! Ah! Alter! Hahaha! Hahaha! Boah, Alter! Sag mal! Ah, schade! Alter, schade! Hahaha! Das war auch wieder so eine Massenvergewaltigung! Das war auch wieder so eine Massenvergewaltigung! Hahaha! 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 Oh, Alter! Das war nicht! Das war nicht, Alter! Das war nicht, Alter! Das war drei Meter, zack, bin ich wieder vergewaltig! Hahaha! Das kommt mir vor wie in Indien, Alter! Hahaha! Hahaha! Alter! Oh, schade, Alter! Das war wieder rein! Ah! Herrlich! Mega Lackierung, Alter, ehrlich! Hier fällt mir richtig pervers! Hahaha! Mir gefällt es, dass ich das zerstört habe! Hahaha! Hahaha! Wow! Das ging aber jetzt schnell! Hahaha! 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 Ich krieg den weg und der Roku ist total zerstört! Das, das geht, ey! Aber gut, nur, ist ja eigentlich logisch! Wenn man den Typen richtig erwischt, dann ist er halt schnell genug! Äh! Echt heftig! Au! So wie das jetzt! Ich glaub, das war Inzen Karma! Boah, schade! Oh nein! Nein! Wow! Boah, Alter Schwede, der Typ ist echt richtig gut, Alter! Das... Das war gut! Alter! Alle fahren mit Octan kaputt in der Mache! Siehste... Die gibt's doch nicht! Sind die... äh... ...internationalen Octan Days! Ich sag' dir das, Alter! Du was in die Richtung können wir ruhig mal wieder rausbringen, Alter! Für die hast du das hier, also... OAH! Zum Kaufen! Nicht immer diese flachen Scheißteile, weißt du... Frauber! Stefan! Mh, mh, mh. Oh. Jo. Herr Rita, kein Octane. Ähm, keiner fährt, das ist ultra-extrem schlecht. Ja, warum seid ihr nicht gefahren? Ich weiß nicht, ich hab das jetzt zum zweiten Mal schon gemacht, dass ich mir links den, äh, die Turbus hol, weil eigentlich immer einer nach vorne fährt. Woah, ich Idiote. Oh, 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 oh! Ah, du auch, Alter? Alter! Woah! Ich hab' dir zwei Mal gemischt! Oh-hee- mí- son. Alter, hast du mich da weggekickt? Ne, ne. Ah, schade. Sah nur so aus. Ah, okay! Das sah eine Kisten. Ach, das ist ne... ja. Ja, das ist eine, wie heißt das hier... ein animierter Gegentscheid. Ja wie das aussah grad' ... Zucker, krass, Alter. Gefällt mir richtig gut. Haben will. Mhm. Boah, Alter! Eiskalt! Boah! Alter! Was macht der denn?! Boah, das tut echt krass, Alter! Hm, hm. Waaah! Er ist echt krass, diesen Swarm, halt. Aber dann bringt das, um mehr Spaß zu spielen, wenn man wirklich einen richtig fetten Gegner dabei hat. Das war jetzt nicht so fett wie ihn, weil man da auch kämpfen muss. Och, Stefan! Alter! Ich lach den ganzen Scheiß bei, ey! Oh! Ich hab den getroffen! Beim Fliegen! Was macht der? Ach, weil ich den blockiert habe, außer sehr. Alter! Alter! Ähm, noll! Noll! Bei dir! Guck mal, den hab ich ganz sauber runter geholt, nur bei ihm. Den Wagen hab ich vielleicht auch nicht schlecht. Weil ich hatte eine Faustfahrt, das haben wir gesehen. Oh, so ne Parade! Meins! Scheiße! Äh, manchmal seh ich auch so, denk ich auch. Ah, hat er schon wieder gewonnen, der Pillenberger, und dann krieg ich den, denk ich. Ich dachte, ich hab irgendwie so, irgendwie auf dem Rechner hat sich so ein Aim-Bot bei mir eingestellt. Ich hab Schlacheln! Oh, sorry! Ich mach nichts! Ich hab eh kein... Äh, nicht genug Turbo. Ja, ich hab. Oh, aber Padata war gestern richtig schön, ey! Ich war am Rubi schön auf dem Spielplatz, hab mir zwei Bierchen reingestört, bin gespielt, und da war noch... Oh, ich bin gerade rechtzeitig gesprungen! Da waren dann andere auch noch da. Rubis Freunde. War mich schön entspannt, ey. Muss ja nicht immer sauber. Und hast nen Helikopter, ey. Ach ne, das war... Ja, das war gestern. Am Vatertag, Alter. Besser geht gar nicht, ey. Am Vatertag kommt nen Helikopter von meinem Kleinen vorbei, ey. Und das steigt vor der Haustür. Bundespolizei. Äh? Ja, das ist die Bundespolizei. Das war, wie heißt das hier? Ja, der Bundes... aber vom Bundesministerium. Also, das war Bundespolizei. Sofort hat nämlich noch die Polizistin angequatscht. Da sind zwei Polizisten gekommen, und dann quatscht er. Und dann sagt er so, Polizei-Auto. Und dann sagt er so, du Polizei. Und dann sagte sie so, ja, ich bin Polizei. Und der Hubschrauber eben war... Oh, schade. Hubschrauber eben war Bundespolizei. Okay. Boah, da haben sie sich aber beide noch behindertet. Ey, ich muss mir angewöhnen, wieder nach vorne zu fahren. Mhm. Das ist dein Ding, Alter. Ich hab das jetzt zum zweiten Mal automatisch gemacht damit. Ja, komm. Boah, boah. 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 Oh, schade. Gönnt ihr mir schon wieder kein Tor? Hunderter Stachel. Getauscht. Und eins. Alter! Oh, scheiß Sturm. Also der eine ist am Fall weggeflogen durch meinen Sturm. Ah, shit, Alter. Ah, lass mich mal. Boah, wer will zu ihm? Ich weiß das auch nicht, Alter. Irgendwie. Oh, shit. Ja, wenn wir einmal an der Decke ist, das verloren wird, ey. Oh nein, wieso hab ich jetzt meinen Magneten eingesetzt? Boah. Wieso? Ja. Valum. Axel. Stoff mit Gummistoff. Was mach ich damit? habe ich gerade weggepämmelt? jah, zu weich Oh aux NEEEEEEEEEIN! ich habe den so geil eingefroren, dann kommt da er Dom Shisspämpel Ach du hast ihn noch eingefroren? Ich habe ihn noch eingefroren. Übst doch nicht, diese perfekten scheiß Lack-Tor. Ich hasse sie von ganz hinten. Die sind echt so nervig, ja? Hab ihn! Du lässt nach! Boah, ich will die auch noch ein bisschen Erfolg gönnen. Das sah krass aus. Oh, toll. Tropft auf meinen Kopf ab. Boah, geil. Der wäre reingegangen. Gehen wir vor das Tor. Hallo, ich bin nicht mehr... Boah, scheiße, Alter, habe ich mich erschrocken. Hohohohohohohoho! Alter, habe ich mich erschrocken! Auf einmal spielt er wieder, der Antwerp denn... Oh, Alter! Was macht der Typ? Oh, du mit deinen scheiß Blitzen! Ja, die sind geil, Alter. Das ist auch nur eine neue Schlampe. Nee, Wunderschlampe. Oh, schade. Hätte er den nicht weggekickt, hätte ich den vielleicht noch mit meinem Magnet reinziehen können. Der wäre sogar reingegangen. Ähm, ich steh mal. Steh mal. Oh, dann steh mal hier. Schnell mal. Haben wir den auch? Und den gab's mal. Ja, dann müssen wir den auch haben. So, Eishockey. Oder, nee, immerhin gab's den auf jeden Fall. Ach, glaub, den haben wir auch. Ach so.